Weil der ist so stark. Wie soll ich den besiegen mit meinen scheiß Waffen, die ich hier hab? Mein Gott. Äh, da? Ist das das? Ja, das ist das Cockpit. Ich, äh, Alien-Sonde. Oh, wie geil. Ist das jetzt ne Waffe? Oh, geil. Oh, geil. Boah, das ist doch hier. Ist das ne Waffe? Boah, das ist geil. Damit kann ich den Penner töten hier. Mit dem Penis. Da hab ich so ein Dino zum Angreifen. Ich dachte, das kann er nicht mehr runter. So, tschüss Penner. Ich töte dich jetzt. Kann ich dich damit töten? Scheiße, ja. Boah, geil. Papiere bitte. Ich geb dir gleich Papiere. Boah, damit kann man den wirklich töten. So, das ist wirklich die Geheimwaffe gegen den Penner. Ja, scheiße, stirb. Äh. So, hier kriegst du deinen scheiß Dedo in den Arsch. Das ist ja das, was du gerne haben möchtest. Ach du Leber. Ach du Leber. Ja. Weil, guck mal, jetzt ist der ja voll schwach, ne? Muss ich mal sagen. Jetzt ist der ja wirklich schwach. Ganz ehrlich. Ja, das macht nur einen Schaden. Sehr schön. Sehr toll. So, dann wieder das. Wir haben nur alle so viele Leben. Das ist aber, ist aber okay. Aua. Das war jetzt wirklich unfair. Jetzt kann ich aber mal wieder einen Trank nehmen. Da, jetzt brauch ich mal wieder was. Dankeschön. So, jetzt hab ich wieder ein paar Leben. Und jetzt kann ich dir nochmal, äh, eine aufs Ohr hauen. Der sieht so ganz verprügelt aus, der Arme. Wirklich ein sehr armer. Ich glaub, das macht so eine Blutung, wenn man das abkriegt. Scheiße. Scheiße. Und ich töte dich. Dein Ernst? Boah. Ist doch nicht dein Ernst, ey. Hat ja noch, ich, äh, nimm lieber zur Not nochmal so ein Ding ins. Aber dein Ernst, ey, boah. Ja, du bist so ein Arsch. So ein Anus. Jetzt mach ich dem wieder so wenig Schaden. Was soll das denn jetzt? Ach. Dann war das hier. So. Stürmender Bulle. Ist denn jetzt, ist denn jetzt kaputt? Warum mach ich dem jetzt wieder so wenig Schaden? Ist da, ist, hat der jetzt nur so einen komischen Modus? Oder ist das jetzt immer so? Weil, das ist ja jetzt nicht normal. Warum, äh, mach ich dem jetzt wieder wenig Schaden? Gibt's da irgendwie so einen De-Buff für? Hm. Schönen Tag. Ja, schönen Tag. Hm, sehr schön. Scheiße. Boah, was ist das? Das ist doch hier. Das ist unfair. Ah, jetzt ist es wieder weg. Jetzt ist es wieder weg. Wehe, du machst das normal. Dann kriegst du aber. So. Jetzt kriegst du aber wirklich wieder eine auf, äh, keine... So. Ach, du Leber! Äh? Ist das immer nur da, oder was? Äh? Versteh ich wirklich nicht. Was ist... Was geht da jetzt schon da ab hier mit dem Scheiß... Scheiße! Was ist das? Oh. Warum mach ich denn jetzt wieder nur einen Schaden? Das ist doch hier... Und was hat der Penner geraucht? Äh, kann ich den mir irgendwie wieder schwächen? Wenn wir den schwächen... Mann. Gibt's doch nicht. Immun. Schwach gegen Heiliges. Nazi. Ach, das ist ein Nazi-Zombie. Wie mach ich den Effekt denn weg? Schönen Tag. Äh. Ach, du Scheiße. Werdigkeit. Hm. Toll. Ja, sehr schön. Nazi-Zombie ist das anscheinend. Äh, vielleicht mit der Schusswaffe mal... Ach so, da wurde das zensiert. Wahrscheinlich waren da die Hakenkreuze, die hier zensiert wurden. Aber... Ganz ehrlich, was bringt das jetzt nochmal gegen den zu kämpfen, ne? Was bringt das? Ach, du Leber! Äh, was bringt das? Weil... Ja... Wenn man so wenig Schaden macht, ganz ehrlich, dann, äh... Brauch ich auch nicht gegen den Kämpfen. Hä? Soldat. Ich glaub, ich muss den bis zu einem gewissen Zeitpunkt da, äh, getötet haben. Äh, weil sonst macht er diese Attacke. Äh, machen wir das ganze Spielchen noch einmal. Ähm... So, befreien wir dich. Na, jetzt müssen wir das nochmal spielen. So, ja, das kennen wir ja jetzt. Mann. Weil, ich will den eigentlich töten, aber... Na, 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 na. So, das haben wir hier geschafft. Hier überspringen. Das haben wir ja schon so. Das da einsammeln. Vorteil 25 Freunde. Den Kraftkristall. Äh, was ist denn jetzt mit dem Kraftkristall? Was ist damit? Kann man damit irgendwas Besonderes machen? Ähm, so, hier. Da sammeln wir mal alles. Ähm, weiß nicht, wo ich den Kristall einsetzen kann. Keine Ahnung. Auf jeden Fall setzen wir die Alien-Sonde ein. Und, ähm, was machen wir da doch? Noch? Was machen wir da? Ähm, diesen komischen Gegenstand. Keine Ahnung, was das sein soll. Nehmen wir mal das. Ich nimm mal die Alien-Kleidung. Oder? Ja. Das Mittelstück haben wir nicht. Das ist aber scheiße. Ja, voll die Scheiße. Ähm. Egal. Ich geh jetzt einfach mal ins Cockpit. Weil, ich weiß nicht, ob ich nochmal gegen ihn kämpfen kann. Aber, wenn... Ja, ähm, dann gehen wir erstmal da rein. Holen uns die komplette Alien-Rüstung. Und dann gucken wir mal. Ich weiß nicht. Falls ich dann nicht mehr zurück kann, auch scheißegal. Äh, dieser Typ ist irgendwie strange. Muss ich ganz ehrlich sagen. Was soll das denn sein? Was soll das denn sein, ey? Och, Hallöchen South Park. Was mach ich denn? Da, ähm... Ne. Schießen vielleicht. Da ist ein schön Pokémon. Hallöchen. Käfer-Bot. So. Alien-Sonde. So, was ist denn da drin? Müssen wir jetzt nochmal kämpfen? Nein. Ich dachte, ich hätte schon den Boss getötet. Alien-Pilot. Chill doch. Ach, du Scheiße. Abwehr erhöht. Eieieiei. Was soll ich das denn hier? Mein Gott. Ich hab keine Tränke mehr. Oh. Mann. Was mach ich hier? Ich bin nicht alleine gegen die Scheiße da kämpfen, ne? Och. Was ist das denn? Och. Was soll das denn sein? Mann. Voll die Verarsche. Guck mal, die Abwehr erhöht, ey. Was ist das? Ist doch wohl... Ich muss einmal dieses Scheiß-Teiler kaputt machen. Nein. Du machst hier nix. Nein. Nein. Was machst du denn da? Eieieiei. Gib mir ein Mana. Dankeschön. Nein. Och. Das ist doch... Das ist doch nicht euer Ernst hier. Oh. Das ist schon mal kaputt. So. Und jetzt heil ich mich. Und dann... Weil die Aliens selber sind ja an sich nicht sehr stark, aber ihre Verteidigung. Was mach ich dagegen? Ah. Sehr schön. Dankeschön. Dankeschön. So. Nochmal heilen. Ah ja. Ich dachte jetzt so, scheiße, das ist doch hier voll der Reinfall. Jetzt hab ich hier irgendwie... So. Da sind sie hier. Aua. Aua. Ihr tut mir alle weh. So. Äh. Nochmal heilen. So. Damit ich hier auch ja nicht sterbe, ne? Heilen. Das ist immer gut. So. Den fangen wir jetzt hier eiskalt kaputt. Bei der nächsten Attacke ist der weg. Oh. Schon wieder. Ähm. Ja. Haben wir schon wieder geblockt. Ja. Sehr schön. So. Jetzt müsste der da kaputt sein. So. Kaputt. Da ist er eiskalt kaputt. Oh. Schon wieder da ein scheiß Torpedo. Mein Gott. Junge, ey. Oh. War wieder geblockt. Hahaha. Ja. Damit hast du nicht gerechnet, ne? Jetzt verkopp ich dich noch. So. Dann bin ich hier das Ganze los, glaube ich, oder? Aua. Ich will mich heilen. Also wenn ich wieder zurück in der Stadt bin, ey. Dann kaufe ich mir wieder ganz, dann kaufe ich mir ganz ehrlich, ganz viele Heilpacks. Zum Glück habe ich noch keine gebrauchen müssen, als ich in der Stadt bin. Auf Töten stehlen. Aha. Ei, 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 ei. Was tut denn jetzt? Schon wieder dein Photon-Torpedo. Ich glaube, der wird immer stärker. Habe ich so das Gefühl. Ich glaube, der setzt dann immer ein. Ne, ei, 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 ei. Wehe. Ach du Scheiße. Ja, ich brinne, ich brinne, ich brinne. Aber ich muss mich jetzt erstmal heilen. Äh, weil trotzdem, ähm. Weil sonst, äh, wenn er noch so eine starke Attacke raushaut. So. Trotzdem bist du jetzt auch weg. M-m-m-m-m-m-m-m-m. Ja, weg. Tschüss. Nein, nicht noch eine Frau. Ui. Da stürzt das Raumschiff ab. Oh, sehr schön. Äh, sterbe ich jetzt nicht auf, wenn ich da so abstürze. Nur mal so. In den Wallmarkt. Euer Ernst. Ganz viele Teile. Aha. Eine giftige Flüssigkeit, die in den Gully kommt. Also, ob das so gesund ist. Yes. At what location? How many people in the town? Get in there and cover it up. This could change everything. Get everyone moving. We've got another UFO crash. Aha, der kennt die Aliens, also. Naja, die sind sehr böse gewesen. Ach, jetzt bin ich plötzlich schon wieder da. Sehr schön. Scheiß auf den Penner. Oh, wo bin ich denn hier? Jetzt bin ich plötzlich schon wieder... War das so ein Traum? Was war das denn? Boah. Sieg. 95 Erfahrungen. Oh, jetzt bin ich, glaube ich, wieder an dem Level aufgestiegen. Quest erfüllt. Ah, sehr schön. Du hast einen neuen Freund. Mr. Marsch. Hey, Neuer. Danke, dass du gestern mit uns gespielt hast. Ja, es hat wirklich Spaß gemacht. Ich hoffe, du spielst heute wieder mit uns. Danke nochmal, dass du mich da rausgeholt hast. Ich habe versucht, sie aufzuhalten. Aber ich bin einfach zu höflich. Äh. Rechts von dem Raum, in dem wir eingesperrt waren, war ein Fahrstuhl. Du kannst über ihn fielen, aber ich habe ihn kaputt gemacht, als ich ihn benutzt habe. Du musst ihn reparieren. Tut mir leid. Ach so, ja. Naja. Du sollst wissen, dass mir die Sache mit Butters so leid tut. Wirklich. So allgemein. Aha. Ach, Butters hat jetzt schon wieder... Ne. Okay. Ja, danke schön. Äh, habe ich doch gern gemacht. Euch alle gerettet, ne. So. Aber jetzt würde ich ganz gerne die Folge natürlich mal wieder beenden. Ähm. War jetzt auch schon wieder so ein großer Hackmack darüber. Ich hoffe, es hat euch heute gefallen, trotz einiger Tode. Und naja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von South Park. Der starb der Wahrheit hier wieder.